Bus rutscht von der Straße, 40 Fahrgäste werden eingeschlossen Hamburg, der nächste Glätteunfall, am späten Dienstagnachmittag ist ein Linienbus in Hamburg von der Fahrbahn gerutscht. Ernsthaft verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie ein Sprecher des Feuerwehrlagezentrums auf SH-Nachfrage erklärte, wurden die Einsatzkräfte gegen 17.24 Uhr über den Zwischenfall in der Frankoper Straße informiert. Demnach rutschte der mit 40 Fahrgästen besetzte Linienbus aufgrund der Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn, offenbar hatte der Busfahrer zuvor einem anderen Fahrzeug ausweichen müssen. Der Bus blieb so ungünstig an einem Hindernis stehen, dass die Türen nicht geöffnet und die Fahrgäste befreit werden konnten, erklärte der Sprecher. Die Feuerwehr konnte den Bus schließlich zurück auf die Straße ziehen, sodass die Passagiere notärztlich gesichtet werden konnten, ernsthaft verletzt wurde jedoch niemand.